Hi, ich bin Sandrine Mittelstädt und ich lese für den Argon Verlag das Buch »Und dahinter das Meer« von Laura Spence Ash ein. Es ist ein Familienroman und es hat mich irgendwie schon in der Vorbereitungszeit und jetzt hier auch bei uns im Studio in so eine ganz besondere Ruhe gebracht, weil es geht eigentlich um Lebensschicksale und um Lebensfragen. Was schenkt einem das Leben? Was nimmt einem das Leben? Und was machen wir daraus? Und das wird hier ganz schlicht und ohne großes Drama behandelt und deswegen geht es auch so mitten ins Herz, wie ich finde. Es geht um ein Mädchen, das im Zweiten Weltkrieg von ihren Eltern aus London in die USA geschickt wird, zu einer Gastfamilie, um dort eben eine friedliche Kindheit zu verbringen. Und sie lebt dort in der Familie mit zwei Jungs in ihrem Alter. Und diese Leben dieser beiden Familien, die in London und die in den USA, verweben sich miteinander und so begleiten wir diese Leben durch das gesamte Buch. Daher viel Spaß beim Durchs Leben Meditieren.